Oh, fein Wart! Haben wir das das letzte Mal nicht gemacht? Nee, ich glaube, das müssen wir noch machen, genau. Kann ich dir helfen? Also es war ja das letzte Mal so gewesen, dass wir auf jeden Fall jetzt sozusagen schon fast dazu gezwungen werden, hier auf der Burg zu bleiben, damit wir uns nicht in Gefahr begeben. Wir wollen natürlich aber die Überreste unserer Eltern eigentlich irgendwie besorgen. Mal gucken, wie der Heinrich das regelt. Würdest du mit meinen Männern auf dem Wehrgang Wache halten? Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Ich würde es begrüßen, wenn du meiner Bitte nachkämst. Natürlich, Herr. Ich helfe dir gern nach allem, was du für mich getan hast. Sehr schön. Und keine Sorge. Die Männer lösen dich später ab. Sprich mit Herrn Robert. Abgeschlossen. Sehr schön. Das heißt, wir müssen jetzt Wache halten. Halte auf dem Wehrgang Wache. Schauen wir mal, wo das ist. Was ist denn das hier? Aktivitäten, äh... Mit dem Wehrgang Wache. Also eigentlich hier oben. Hier soll ich Wache halten? Was geht? Äh, was hältst du von der Flucht der, äh, Skalitza? Was hältst du von der Flucht der Skalitza? Ah, Skalitza. Entschuldigung. Der Ratzig ist ein feiner Herr. Hat das Beste draus gemacht und seine Untertanen gerettet. Sieht man nicht alle Tage. Er hatte mit diesem Unwetter Glück. Aber genau das ist es. Zufällig passiert irgendwas und man nutzt es zu seinem Vorteil. Gibt nicht viele, die an sowas denken. Okay. Laufst herum wie ein verlorenes Schaf. Ah, der ist zu uns gekommen. Meine erste Wache, hm? Glaub nicht, dass heute noch viel passiert. Kannst dich an die Mauer lehnen und auf morgen warten. Ich zeig dir, wie der Hase läuft. Mach ich. Danke. Oh, das kann der natürlich gut, ne? Ähm, wenn du auf etwas warten musst, kannst du die Zeit überspringen. Drücke Tee und lege fest, wie lange du warten willst. Pass dir doch auf. Müdigkeit und Hunger nehmen auch während der Übergangs zu. Okay. Ähm, also das mit dem, ähm, mit der Flucht von dem, von dem, von dem Burgherrn, von dem Burgherrn, wo vorher bei uns gewesen war, mit dem wir eben gerade geredet haben, also ein Part vorher, das kommt mir nicht so koscher vor. Ganz ehrlich, ich weiß das noch nicht so wirklich. Der hat, der hat für mich einen ganz komischen Ausdruck. Der war auch ganz schön überrascht gewesen, uns hier zu sehen, wenn der nicht mal sogar was damit zu tun hat. Ich will noch nichts versprechen, äh, will noch keine Gerüchte verbreiten, aber ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Okay. Also mit Tee können wir warten. Was wollen wir denn warten? Zwei Stunden? Eine Stunde? Warten wir mal zwei Stunden, hm? Ja, wir werden ja wahrscheinlich eh geweckt, nehme ich an. Warten wir mal drei Stunden. Mal gucken, was passiert. Ja, ja, ich weiß nicht. Wenn der nicht was damit zu tun hat. Ist das... Ja, sechs Uhr morgens, genau. Ja. Ah, da passiert was. Da kommt jemand. Ich sehe aber nichts. Komm mal. Warte auf morgen. Äh, warte bis zum Morgen. Begib dich auf den Wehrgang der Außenmauer. Ja, ja, ja. Ist gut, ist gut. Ist gut. Ich komme ja. Ich komme ja. Alles gut. Alles gut, mein Freund. Komm, beweg dich. Los, los. Sag mal her. Hier müssen wir hin. Wir sind hier. Also müssen wir runter, hm? Was zum Teufel. Ah, wir müssen raus hier. Ich bin mal gespannt, wer da kommt. Werden wir angegriffen? Nein, scheiße. Die sind hier. Verdammt. Aber die greifen uns sicher nicht an, oder? Oh, jetzt bin ich gespannt. Oh, jetzt bin ich gespannt. Das ist er. Das ist der verdammte Bastard, der den Angriff geführt und meine Eltern ermordet hat. Sei kein Narr. Oder willst du so enden wie sie? Ich bin Herr Marquardt von Aulitz. Ich komme auf Geheiß Sigismunds von Luxemburg, König von Ungarn und Kroatien, der beauftragt wurde, gegen jene vorzugehen, die Zwietracht im Land säen und im Namen seines Bruders König Wenzel IV. die Ordnung im gesamten Land wiederherstellt. Ordnung wiederherstellen, indem er die Ländereien des Königs plündert und verbrennt? Sei gegrüßt, Herr Marquardt. Dass der Bruder des Königs sich bemüht, in diesem chaotischen Land für Ordnung zu sorgen, ist zweifelsohne löblich. Jedoch sind er und seine Truppen offenbar vom Weg abgekommen. Als Burggraf des Schlosses zu Prag bin ich dem König verpflichtet. Und hier in Thallenberg herrschte bis vor kurzem noch Frieden, bis ihr eintraft. Also was verschafft uns die Ehre eures Besuches? Gestern erst ging seine Majestät gegen einen der Feinde des Reiches vor, Herrn Ratzichkobilla. Dieser verwendete Silber aus den Skalitzerminen, um eine Auflehnung gegen die Krone zu finanzieren. Zu unserem Bedauern konnte der Aufständische entkommen. Du weißt nicht zufällig, edler Herr, wo er sich derzeit aufhalten könnte? Soweit ich weiß, ist dieser Herr Ratzich, von dem du sprichst, des Königs Hauptmann in Skalitz. Ich glaube kaum, dass er sich tatsächlich gegen unseren König auflehnen würde. Davon abgesehen kann ich dir versichern, dass Herr Ratzich sich nicht in Thallenberg aufhält. Er wäre ziemlich töricht, wenn er aus seiner Burg, die er nicht verteidigen kann, in eine andere Fliet, die es ihm noch schwerer machen würde. Oder kann es sein, dass mein bescheidenes Anwesen eurer Armee irgendwie im Wege steht? Ich soll dem König also mitteilen, dass sich Herr Ratzichkobilla nicht hier in Thallenberg aufhält und dass er deine volle Loyalität genießt? Ich versichere dir, Herr Ratzich ist nicht hier. Und ich gedenke nicht, mich in Angelegenheiten einzumischen, die mir keinen Vorteil verschaffen. Der kann gut reden. Nun gut, Herr, wie du willst. Ich werde eure Worte dem König überbringen, in der Hoffnung, dass er sie so aufnehmen möge, wie ihr es euch erhofft. Jene mit einem reinen Gewissen und einem guten Willen brauchen keine Furcht zu haben, auch nicht in solch finsteren Zeiten, wo es kaum einen Grund zur Freude gibt. Lebt wohl, Herr. Lebt wohl. Oh, das war jetzt nochmal knapp gewesen. Oh, zieht euch das rein an. Die stehen einfach alle da oben. Die hätten uns überrannt. Nee, nie im Leben. Ah, Gott sei Dank. Ich dachte jetzt schon noch die Greifende an. Oh, das wäre was geworden. Ja, der Typ kann reden. Ja, du hast meine allergrößte Bewunderung. Gehen wir zurück an die Arbeit, Roberts. Uiuiuiui. Ja, das wird sich trotzdem unser junger Heinrich noch merken. Verdammt. Marktplatz von Aulitz. Bestatte deine Liebsten in Scarlet. Sprich. Oh Mann, jetzt. Ich will nochmal schnell gucken. Neue Aufgabe. Bestatte deine Liebsten in Scarlet. Sprich mit Herrn Robert. Optional. Beschaff dir ein Pferd. Oh shit, wir müssen also echt nach Scarlet zurück, um meine Eltern zu bestatten. Also da spreche ich erstmal mit Robert. Wo ist denn der gewesen? Der war doch vorhin hier noch. Da ist er doch. Lass uns mal reden mit dem. Ich muss nach Scarlet. Weshalb, Graf Sieg... Also komm, ich muss nach Scarlet. Herr Robert, ich muss nach Scarlet. Was willst du dort, Junge? Sieges Mund mag abgezogen sein, aber dort wimmelt es sicher von Raubrittern, Briganten, Deserteuren und anderem Gewürm. Außerdem hat dein Herr dir befohlen zu bleiben. Ich muss meine Eltern begraben. An meiner Stelle würden sie dasselbe tun. Lasst mich raus ins Platz mit der Kragen. Ich glaube nicht, dass ich mit dem so reden würde. Ähm. Ich mach Redekunst hier. Oder Charisma? Ich mach Charisma. An dieser Stelle würdet ihr dasselbe tun. Herr, meine Eltern liegen dort. Ich kann sie nicht den Hunden überlassen. Was würdest du an meiner Stelle tun? Tut mir leid, Junge. Du wirst warten müssen, bis ich alles beruhigt habe. Ist nicht gut genug gewesen. Vielleicht ändert dein Herr seine Meinung noch. Shit. Was hat Sigismund vor? Was ist denn Kuttenberg vorgefallen? Kuttenberg? Nun, ich bin nur ein einfacher Ritter, aber der Herrgott hat mich mit Ohren betucht. Und so habe ich Dinge von Herrn Divisch und jenen gehört, die vor Sigismunds Raubzug flohen. Waren es viele? Oh ja, aber es waren Söldner aus Kuttenberg, die zu mir kamen, weil ich sie schon von vorher kannte. Verstehe. Das sind alles Ränkespiele des Hochadels. In Prag lehnten sich ein paar Adelige gegen König Wenzel auf. Allesamt reiche Aristokraten, die dem König aus irgendwelchen Gründen übelgesinnt waren. Sigismund hatte zweifelsohne seine Finger im Spiel, zusammen mit seinem und Wenzels fetter Jobst. Und so konnte er auch den König entführen. Aber weshalb griff Sigismund Kuttenberg an? Was glaubst du denn? Hm. Wegen dem Kornspeicher erfürchtete den Aufstand der Herrn Gründenberg ist ein wichtiger strategischer Punkt zum Plündern. Ich habe halt überhaupt keine Ahnung. Ja. Wichtiger strategischer Punkt. Weil die Stadt strategisch gut gelegen ist und starke Befestigungsanlagen hat, wodurch man sie als Basis für weitere Angriffe und zur Kontrolle eines ganzen Gebiets nutzen kann. Keineswegs. König Karl möge Gott ihm ewigen Ruhm gewähren, machte Prag zu einer fürstlichen Stadt, während König Wenzel Gefallen an Kuttenberg fand. Nach Prag ist es die wichtigste Stadt Böhmens und des Heiligen Römischen Reiches. Wer Kuttenberg Silber beherrscht, ist König. Also war Kuttenberg auf Wenzels Seite, weil er Kuttenberg bevorzugte? Langsam verstehst du es. Als Sigismund Wenzel einsperrte und die Kontrolle über Prag übernahm, begann man in Kuttenberg damit, eine Armee gegen ihn aufzustellen. Mit seinem Angriff auf Kuttenberg schlug Sigismund zwei Fliegen mit einer Klappe. Er besiegte Wenzels mächtigste Verbündete, bevor sie Widerstand leisten konnten und erlangte gleichzeitig enormen Reichtum. Weshalb griff Sigismund Skarlitz an? Unsere Heimat. Weshalb brannte Sigismund Skarlitz nieder und kam dann hierher? So ist der Krieg, Junge. Gewisse Herren wollten die Dinge selbst in die Hand nehmen und jeden beseitigen, der nicht ihrer Meinung ist. Leider ist Herr Ratzig so einer und obendrein saß auf einem Berg Silber, der König Wenzels Verbündeten hätte nutzen können. Hm, okay. Okay, das lassen wir jetzt mal. Also, wir haben ihn leider nicht überreden können, dass wir nach Skarlitz kommen, aber irgendwie schaffen wir das schon noch. Wir haben ja noch andere Aufträge. Ähm, beschafft ihr ein Pferd? Ja, meint ihr, wir sollen einfach ohne den sein Erlaubnis dahin reiten? Ich glaube nicht, dass das so gut kommt. Oh, Kampfplatz. Habe ich noch mein Schwert? Ich habe immer noch ein Ratzigs Schwert. Doch, tatsächlich. Oh, ich habe auch eine neue Hose, sehe ich gerade. Zieh die mal an. Dass es immer noch Blut besprengt, kann man das eigentlich... Ah, Quest-Gegenstand, die Haltbarkeit. Ich müsste den mal ein bisschen reparieren. Ah, ich habe auch neue Oberteile sehen. Oh, nee. Doch. Tatsächlich, hier ein neues Oberteil. Ah, die Haltbarkeit ist aber auch nicht besonders. Ach, das ist von dem Typen, den wir damals im Dorf gejagt und zusammengeschlagen haben. Ich weiß gerade nicht mehr, Kunesh, genau. Von dem Typen ist das. Ja, dann ziehe ich aber trotzdem wieder mein Oberteil an, weil das ist nichts wert. Ja, gut, okay. Ein Schwert haben wir auf jeden Fall schon mal. Ähm. Verlasse die Burg. Das ist ein Aufrag. Wir müssen trotzdem aus der Burg irgendwie raus. Ob er will oder nicht, wir holen uns ein Pferd. Also, ob wir das einfach stehlen sollen? Soll ich die Frage, ob vor der Burg ähm, auch kleine Reiterhöfe oder so sind, wo wir uns ein Pferd beschaffen können? Ne? Das ist die Frage jetzt. Hier unten sind ja überall kleine Ortschaften, weil ich denke, wenn wir uns hier in der Burg einfach ein Pferd schnappen und wegrennen, das kommt nicht gut, das sehen die doch. Ich gucke, ob ich mit dem reden kann und ob der uns rauslässt. Wir müssen irgendwie raus. Ich muss hier raus. Gibt es irgendwo einen Händler wegen Siegesmund-Armee? Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Und ich lege gern mit einer hübschen Dirne in einem Federbett. Aber wie es aussieht, werden wir wohl beide enttäuscht. Herr Divish befahl, keinen rauszulassen. Vor allem dich nicht. Ah, okay. Ah, da sehen wir unsere Stärken. Wir haben zwei Redekunst, vier Charisma und fünf fünf auf Dings. Wollen wir das angehen? Aufmachen, sonst knacken. Ich kann mich nicht mit dem anlegen. Das ist eine scheiß Wache. Ich muss meine Eltern begraben. Herr Robert hat es gestattet. Nee, ich kann nicht lügen. Das ist nicht gut. Ich zahle euch. Ich habe auch nicht viel Geld. Ähm. Ich probiere es trotzdem weiterhin mit Charisma. Weißt du nicht, wer ich bin? Öffne das Tor, sage ich. Weißt du nicht, wer ich bin? Jemand, der gleich seine Zähne verliert, wenn er sich nicht verzieht. Hat auch nicht funktioniert. Ich muss meine Eltern begraben. Meine Eltern wurden wie Aas liegen gelassen. Ich muss sie bestatten. Ich kann sie nicht den Hunden überlassen. Tut mir leid, mein Freund. Entweder du überzeugst Herrn Robert oder du denkst dir irgendwas aus, damit ich nicht in der Scheiße lande. Ansonsten, Pech. Ah, ist trotzdem Erfolg gewesen. Ich lasse mir etwas einfallen. Was schwebt dir vor? Was soll ich mir bitte ausdenken? Was weiß ich? Eine Verkleidung vielleicht, damit ich dich nicht erkennen kann. Wenn ein Thallenberger Wachmann in voller Gewandung aufkreuzt, lasse ich ihn natürlich raus. Ah. Ist doch klar. Na gut. Es brauchen wir eine Rüstung. Ich versuche etwas aufzutreiben. Ich muss hier raus. Gibt es irgendwo einen Händler? Gibt es hier irgendwo einen Händler? Hast Hunger, was? Du solltest zur Köchin gehen. Sie hat ein gutes Herz. Besonders wenn du Geld hast. Was ist denn das für ein Spaß? Er ist kratzbürstig wie eine nasse Katze. Kann dir aber so gut wie alles besorgen. Hab ihn beim Kornspeicher gesehen. Er ist leicht zu erkennen. Er sieht aus, als hätte er in seinem Leben noch nie eine anständige Mahlzeit gehabt. Okay. Also, wir brauchen also eine Wachmannsuniform, damit er uns rauslässt. Ähm. Ja, ich würde es sonst gerade beim Händler mal probieren. Vielleicht hat er ja eine gerade da. Hier, Thalenberger Rüstung. Na, hier ist ja was. Holen wir uns einer. Tipptopp, tipptopp. Haben wir eigentlich überhaupt noch genug Essen dabei? Ne, wir haben gar nichts. Doch, ein bisschen Käse haben wir. Müssen wir aufpassen. Müssen wir uns im Auge behalten. Nicht, dass wir, ähm, verhungern hier unterwegs. Ähm, bin ich jetzt falsch? Ne, ich bin richtig. Das ist, oh, warte mal. Tatsächlich. Ich bin in einem privaten Raum. Tür zu. Die stehlen wir jetzt dann, ne? Das ist, das ist schon klar. Schlossknacken, sehr leicht, mit E. Du hast keinen Dietrich. Mann! Oh, da können wir ein Schild nehmen. Ja, aber das ist eine, oh, die Waffen hier. Ja, aber wir brauchen, wartet mal schnell. Ich kann nicht mit einem Schild rumlaufen, was gestohlen worden ist. Das kommt nicht gut. Das wurde mir am Anfang noch gesagt. Ähm, ich brauche eine Rüstung. Schlossknacken, schwer. Ich, ich brauche einen Dietrich. Aber wir sind hier auf jeden Fall richtig, ne? Ja. Scheiße, wir wurden gehört. Schnell hoch, hoch, hoch. Ja, Leiter benutzen. E. Ähm. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Ich komme nicht mehr hoch. Hä? Bin ich jetzt? Ja, nee, du musst das nicht schlagen. Ah, jetzt. Keine Ahnung, warum. Oh. Ging doch gerade. Ah, zweimal E drücken. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Dietrich. Wir können noch eins hoch. Warte, ich will mal gucken, was hier ist. Vielleicht liegt hier eine Rüstung rum. Nee, nicht unbedingt. Okay, dann gehen wir jetzt auf jeden Fall zum Händler. Erstmal um, ähm, genau hier. Händler. Gehen wir doch mal zu dem. Den sehen wir auf, sehen wir dann auf der Karte? Ah, jetzt sind wir hier, okay. Ähm, genau, wir müssen probieren, vielleicht kriegen wir einen Dietrich von denen. Und ein bisschen Essen. das auf jeden Fall. Schauen wir doch mal. Wer ist das? Ah, das ist der. Dingsmann. Ach, keine Ahnung, wie der heißt. Sind wir jetzt einmal echt im Kreis gelaufen? Ja. Irgendwo hier war doch der Händler jetzt. Oder laufe ich jetzt in die falsche Richtung? Ich bin richtig. Der ist genau vor uns. Hier ist der Kornspeicher. Also, ist das der Händler hier? Ja. Handeln. Wenn du Geld hast. Ein bisschen habe ich was. Was hat der denn? Der hat Dietrich hier. Tatsächlich. Eine Schatzkarte. Wie viel haben wir denn jetzt genau? Ich verstehe das mit dem Geld noch nicht so wirklich. Dein Vermögen 0,1. Ja, super. Ja, können wir höchstens einen Dietrich davon kaufen. Oder ich verkaufe mal was. Ich verkaufe mal hier, ähm, dunkle Fußwinkel mit so. Oh, cool. Aber die Schuhe sind geiler als die, die ich habe. Nun verkaufe ich mal meine. Die Hose verkaufe ich. Das hier. Oh, das würde ich gerne an. Das ziehe ich dann wieder an. Und zwei Pfeile. Okay. Warenkorb prüfen. Handel abschließen. Ja. Lass uns über den Preis sprechen. Nein, ich will nicht handeln. Ja? Ah, ich will doch nicht handeln. Äh, Feilchen. Ähm. Ja, komm. Einfach mal. Hier. Und, äh, etwas für die Mühe. Na, sowas. Vielen, vielen Dank. Oder was? Oh nein, ich bin ja gar nicht runtergegangen mit dem Preis. Okay. Aber ich will jetzt den Dietrich kaufen und gucken, ob wir uns die Rüstung irgendwie besorgen können. Können wir handeln? Klar, wenn du Geld hast. Also, jetzt haben wir... Oh, wir haben 10. 10,1. Was hat denn der alles so? Nicht so viel. Oh, der hat hier Retterschnaps. Da kann ich ja abspeichern. Was kostet denn der? 120. Ist das dem sein Ernst? Ne, ich lass den. Dietrich. Ich hol mal drei Stück. Ich weiß ja nicht, wie lang die halten. Ja, gut. In den Warenkopf. Ah, zurück. Warenkopf prüfen, entfernen, Handel abschließen. Du hast nicht genügend Geld. Was will der denn da dafür? Wieso ist denn das jetzt plötzlich so teuer? Hä? 17,1. Wieso? Du zahlst 17,1. Ich habe aber nur so wenig. Wieso? Hä? Ah, jetzt steht da plötzlich 17,9 Preis. Ah, Mann. Ja, dann bringt uns das ja nichts. Wir haben kein Geld. Ähm. Vielleicht können wir... Wohnt der hier? Hm. Was war das? Scheiße. Ich hätte gerade überlegt, ein paar Dietrich zu stehlen. Keine Chance. Wir brauchen eine Wachmannsrüstung. Ist das dein Ernst? Ja, komm, dann verkauf mir noch ein bisschen was. Ich brauche den Dietrich. Können wir handeln? Wenn... So, verkaufen. Die Hose, die wir haben, ist einfach mega viel wert. Was? Ich will aber hier nicht ohne Hose rum. Obwohl, wir haben ja eigentlich danach dann eine Rüstung, ne? Komm, scheißegal. Habe ich halt keine an. Ist mir doch jetzt eben wurscht. Okay, ähm. Machenkorb prüfen. Falschen Handel abschließen. Ja, toll. Lässt sich was am Preis machen? Warum nicht? Komm, wir probieren mal ein bisschen mehr rauszuholen. Hm. Was? Der Händler hat nicht genug Geld. Ach komm, dann lassen wir das jetzt so. Das ist mir sonst... Hier. Und, äh, etwas für die Mühe. Na, sowas. Vielen lieben Dank. Also. Habe ich doch jetzt aber meine Hose verkauft, oder? Zeig mal her. Ja, doch habe ich. Gut. Zieh mir wenigstens die Schuhe an, sonst sieht es ganz traurig aus. Können wir handeln? So, jetzt haben wir... Hä? Dein Vermögen 10. Wieso, wieso habe ich denn jetzt... Vermögen des Händlers? Der hat gar kein Geld mehr. Ich will den Warenkorb prüfen. Handel abschließen. Du hast nicht genug Geld. Mann! Ich will den scheiß Dietrich haben. Versprechen wir den Preis. Warum nicht? Also. So viel habe ich. Ich will dem... Ich gebe dem alles, was ich habe. Ach, du Bastard, Alter. Ich habe dir meine scheiß Hose verkauft. Gib mir die wieder. Ich will meine Hose wieder haben, dummes Tier. Ja, guck mal, was der dafür haben will. Die kann ich mir gar nicht mehr leisten. Scheißegal, jetzt, ey. Der hat keine Hand mehr. Ah, doch, da ist sie. Toll, jetzt laufe ich hier ohne Hose rum. Ich sage jetzt mal gar nichts dazu. Ich probiere jetzt nochmal so, irgendwie die scheiß Rüstung zu kriegen. Talenberg-Rüstung. Ich kann ja kaum so eine Wache zusammenschlagen, um die zu bekommen. Oh, die Zeit rennt uns auch davon, Leute. Ich probiere jetzt trotzdem nochmal irgendwie die zu bekommen. Vielleicht kann ich ja das Schloss auch mit Gewalt aufbrechen oder so. Hier haben wir Pfeile. Ey, ich mache das. Ich... Hier ist nichts dran. Okay. Ich hätte gedacht, dass ich vielleicht ein paar Pfeile verkaufen kann. Schwer, schwer, schwer. Hier komme ich nirgends rein. Hier ist auch nichts. Schwer. Ja, gut. Oh. Nein. Okay, tut mir leid, tut mir leid. Schnell dich fort oder es setzt was. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Tut mir leid. Himmel, pass auf. Hey. Was zum Toll... Tut mir leid. Ja, ich geh ja raus, ich will ja raus, Mann. So. Komm, hoch. Da war es doch gerade. Ja, aufgeben, toll. Nein, ich wollte mich nicht... Oh. Ja, ich bin die Treppe nicht hochgekommen. Nein. Oh, ich mag nicht genug... Ich hab nicht genug Geld. Ja, ich hab ja wirklich nicht genug Geld. Vorsicht, ich stehe in den Dienst hinterher. Nein. Mir wurde ein Auftrag geteilt. Du machst einen großen Fehler. Oh. Wenn du wüsstest, wo du da hineingeraten bist, das wird kein gutes Ende für dich nehmen. Na gut. Mir blutet das Herz. Ich habe nicht genug Geld. Das ist zu viel. So viel Geld habe ich nicht. Das Bußgeld ist trotzdem fällig. Du wirst es wohl im Kerker absitzen müssen. Äh. Dann der Kerker. Ernst jetzt? Dort wird es dir gefallen. Ist genau der richtige Ort für solche wie dich. Super toll. Scheiße. Jetzt muss man schon da warten. Okay, Leute. Ich muss an der Stelle den Part beenden. Wir sind bei 30 Minuten schon angekommen. Hoffentlich hast du die Zeit bei uns genossen. Nicht sonderlich. Das höre ich gern. Aufgabe viel geschlagen. Geschafft, der empfährt. Kann ich gehen? Gehen? Ja, leider. Und jetzt verzieh dich und lass dich meinetwegen in Stücke hacken. Okay. Leute. Ich muss den Part leider hier an der Stelle beenden. Oh, wir sind rausgeworfen worden. Naja, okay. Gut. Dann sind wir jetzt auch so draußen, ne? Okay, Leute. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Vielen Dank fürs Einschalten. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Part wieder ein. Und bis dahin würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Anir. Haltet die Ohren steif. Ciao. 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 Ciao.